Wie versprochen, in diesem Video sprechen wir darüber, warum ein homöopathisches Mittel eigentlich nur ein homöopathisches Mittel drin haben darf und nicht ganz viele verschiedene. Du wirst Ende dieses Videos verstanden haben, warum das so ist und warum es keinen Sinn macht, etwas zu vermischen. Wir haben im letzten Video schon gesehen, ein homöopathisches Mittel besteht aus vielen Ausgangssubstanzen. Es kann bestehen aus Pflanzen, aus Metallen, aus Tieren, aus Mineralien, aus Krankheitserregern oder aus Strahlung zum Beispiel. Und wir wissen, es gibt so vieles, was wir kaufen können. Und ich bin sehr froh, gibt es das. Ich bin sehr froh, ist der Zugang gewährt, für Tierhalter ein homöopathisches Mittel kaufen zu können. Denn diese wundervolle Medizin ist eine Friedensmedizin. Es ist sehr nachhaltig, es ist fein in der Anwendung, es ist fein in der Wirkung. Aber trotzdem müssen wir verstehen, wie sie funktioniert. Und ich möchte in diesem Video dir das ganz einfach klar machen, warum Komplexmittel eigentlich gar keinen Sinn machen. Und Komplexmittel sind Mittel, da sind ganz viele verschiedene homöopathische Mittel miteinander vermischt. Ich verstehe aber auch, dass es schwierig ist, für den Laien oder einfach den Tieralter, der das vielleicht nicht studiert hat, das richtige Mittel zu finden und anzuwenden. Denn Homöopathie, auch wenn das ganz häufig nicht so erklärt wird, ist eigentlich genau das Gleiche wie Schulmedizin. Einfach, es ist Medizin. Und auch, um Homöopathie anwenden zu können, müsste man das eigentlich auch wirklich lange studieren. Man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sehr viel lernen, man muss sehr viel ausprobieren, man muss sehr viel Wissen sich aneignen, um dann auch im richtigen Moment das richtige Mittel zu finden. Für den Hausgebrauch, für den Notfall, für die Notfallapotheke, für den Notfall, ist es aber möglich, diese Mittel ein bisschen kennenzulernen. Und es ist möglich, das zu verstehen, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt. Was in der Homöopathie, genauso übrigens wie in der Schulmedizin, eigentlich nicht funktioniert, ist, dass man an die Theke geht und sagt, guten Tag, mein Hund hat Haarausfall, können Sie mir etwas Homöopathisches geben? So funktioniert Homöopathie nicht und wenn du mir hier folgst, dann verstehst du das auch inzwischen oder du wirst es noch verstehen, dass das einfach so nicht möglich ist, weil die Homöopathie eben nicht eine Symptombekämpfungsmaschinerie ist, sondern es geht hier um Individualität, es geht um das Individuum, es geht um das Ganzheitliche und wir können nicht ein Symptom mit Homöopathie einfach wegmachen. Sondern es geht darum, warum hat dieses Tier diesen Haarausfall, wann hat es begonnen, wie ist der Haarausfall, ist der Haarausfall mit Juckreiz und so weiter und so weiter. Und es gibt viele, die in der Apotheke schon ein bisschen diese Fragen stellen und anhand eines quasi Fragebogens dann doch das Mittel auswählen, aber auch da sind wir nicht in der tiefen Homöopathie, sondern es ist mehr wieder in die Richtung Symptombekämpfung und deswegen funktioniert es halt häufig nicht wirklich oder auch nicht nachhaltig und nicht lange, weil ganz häufig ja ein Symptom wie Haarausfall etwas viel Tiefgründiges Liegendes hat und das müssen wir dann erreichen. Und da braucht es auch jemand, der objektiv ist und das ist ganz schwierig für den Tierhalter manchmal selbst zu erkennen. Zudem ist die Homöopathie wirklich ein sehr komplexes Gebiet und trotzdem möchte ich es dir hier in diesen Videos zugänglicher machen. Ich möchte dir aber hier mitgeben, warum solche Komplexmittel keinen Sinn machen. Komplexmittel sind wie gesagt schon Mittel, die haben ganz viele homöopathische Mittel drin. Und weil ich die Problematik jetzt gerade erklärt habe, wie das so ist, man geht an die Theke, man sagt, mein Tier hat Haarausfall, gibt es eben diese Komplexmittel, wo, ich weiss, zum Teil 30 verschiedene homöopathische Mittel in verschiedensten Potenzen drin sind, gemischt sind und die Hoffnung ist natürlich, dass wenn wir dieses Mittel geben, irgendeines dieser 30 Mittel dann auch trifft. Was das aber das Problem ist, ist, dass alle irgendwie vielleicht ein bisschen treffen, vielleicht eines ein bisschen mehr, das andere weniger und der Körper aber total verwirrt wird. Und du kannst dir das so vorstellen, du weisst, wir sprechen hier von einer Energiemedizin, von einer Informationsmedizin, also es heisst, wir geben Informationen. Und ich erkläre das gerne so, dass wir mit einem homöopathischen Mittel deinem Tier oder auch einem Menschen, einem Kind, quasi dem Körper sagen, hey, steh auf. Oder mit einem anderen Mittel sagen wir, hey, jetzt musst du rennen. Oder wir sagen mit einem anderen Mittel, hey, komm mal zur Ruhe, lieg ab. Ein weiteres sagt vielleicht, mach die Augen zu. Ein weiteres Mittel sagt vielleicht, ähm, winkle dein rechtes Knie an. Also das ist natürlich nicht so, aber einfach als Erklärung, wie das funktioniert, was Information macht. Information bedeutet ja nur, wir geben eine Anweisung, wie der Körper seine Energie, die im Moment ja nicht im Gleichgewicht ist, wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Nun ist es so, wir klassischen Homöopathen, wir nehmen ein Mittel, das hat eine Information und wir geben dem Körper diese Information. Dann beobachten wir, wie funktioniert, was macht der Körper damit, reagiert er, reagiert er nicht, wie reagiert der Körper. Wir sind hier in der Individualität, das heisst, dein Tier reagiert vielleicht anders als der Nachbarshund oder die Nachbarskatze. Und anhand der Reaktion, die wir dann sehen und beobachten können, warten wir ab oder es gibt ein neues Mittel. Was passiert jetzt also mit einem Komplexmittel? Du kriegst dieses Misch, Gemisch von ganz, ganz vielen verschiedenen Mitteln drin. Und du gibst diese Globuli mehrmals am Tag vielleicht sogar oder viele Tage nacheinander, deinem Tier oder auch wir nehmen diese Mittel. Und du kriegst ganz viele Informationen gleichzeitig. Beispielsweise, die eine Information sagt dir, hey, steh auf. Die andere sagt, leg dich nieder. Die dritte sagt, mach die Augen zu. Und die andere sagt, hey, mach die Augen auf. Dann gibt es vielleicht noch ein Mittel, das sagt, hey, du musst jetzt davonrennen. Ein weiteres sagt, sitz ab. Ein weiteres sagt, du musst das Knie anwinkeln. Und das andere sagt, nein, halt den Fuss ruhig. Und es ist wirklich kein Witz. Denn zum Beispiel in diesen Mitteln, die gegen Verstauchungen sind, sind ganz häufig Rustoxicodendron und Brionia gleichzeitig drin. Rustoxicodendron beispielsweise hat ein Symptom, es muss sich immer bewegen. Also Bewegung ist dann besser. Und Brionia hat das Symptom, hey, Ruhe besser. Ja, nicht bewegen. Das sind völlig entgegensätzliche Mittel. Häufig folgen sich diese Mittel, aber nicht gleichzeitig. Was macht es also mit deinem Körper, wenn ein Mittel dir sagt, hey, du bewegen, tu gut. Und das andere sagt, nein, halt diese Hand ruhig. Oder halt diese Pfote ruhig. Beweg dich ja nicht, das tut sonst weh. Ein Mittel sagt zum Beispiel, hey, berühr mich nicht. Und das weitere sagt, hey, Druck, tu gut. Das macht keinen Sinn. Der Körper hat so viele Informationen gleichzeitig, dass du erstens gar nicht mehr reagieren kannst oder alles gleichzeitig machen musst. Das bedeutet totale Unruhe im Körper und nicht Heilung. Zweitens hast du keine Ahnung, was gewirkt hat schlussendlich. Und du weisst auch nicht, wie du weitermachen sollst, weil 30 Mittel sind drin. Alle Informationen sind da im Feld. Der Körper macht irgendetwas aus diesen Informationen und du hast nachher keine Ahnung mehr, was du jetzt tun sollst. Weil auch wir als Homöopathen wissen danach nicht, auf welches hat es jetzt reagiert. Welche Symptome sind die vom Tier? Und welche Symptome sind die, die das Mittel gemacht hat? Weil wenn ein Mittel nicht wirklich passt und das ja nicht aufhebt, weil Ähnliches heilt ja Ähnliches. Also die Resonanz eines Mittels ist in der Resonanz des Körpers. Und wenn das Gleiche auf das Gleiche kommt, dann geht es quasi auf Null. Dann löst es sich in Luft auf. Das bedeutet, gewisse Mittel haben das vielleicht gemacht, aber dann kommt ein anderes Mittel, das hier trotzdem ein bisschen resoniert, aber so. Und dann sagt es, hey, du musst jetzt das anders machen und dann fängt das vielleicht an so zu machen. Also du hast Symptome, die Mittel machen, neue Symptome im Körper. Aber wie wissen wir das, wenn wir ja 30 gleichzeitig geben? Deswegen ist es einerseits verständlich, dass solche Mittel verkauft werden, weil wir hoffen, dass irgendeines dieser Mittel trifft. Was aber vergessen wird, ist, dass auch die anderen Mittel treffen können und es einfach keinen Sinn macht. Weil wir danach nicht mehr wissen, wie weitermachen. Und dann ist noch das Dritte, du gibst diese Mittel ganz häufig, ganz häufig. Und das ist auch nicht der Sinn der Homöopathie. Wir geben ein Mittel einmal und beobachten es dann. Vielleicht geben wir es zwei-, dreimal, aber dann beobachten wir. Wir geben es nicht immer. Zudem sind in diesen Komplexmitteln ganz häufig verschiedene Potenzen vorhanden. Da ist eine D-Potenz, eine C-Potenz, vielleicht sogar eine C-200-Potenz, was eine sehr hohe Potenz ist. Und auch das macht keinen Sinn, denn unser Körper ist in einer gewissenen Schwingung. Und diese Schwingung müssen wir treffen. Und das kannst du, wenn du Erfahrung hast, wenn du verstehst, wo die Erkrankung gerade stattfindet. Ob es auf Körperebene ist, auf Seele, auf Geistebene, wie stark der Impuls ist, der jetzt gegeben werden muss. Da kannst du mit einer Potenz rein, die dann passt. Aber diese verschiedenen Potenzen machen gar keinen Sinn. Es ist aber natürlich die Überlegung wieder da, ah, wenn wir verschiedene Potenzen geben, dann trifft vielleicht irgendeine. Du siehst, es ist Goodwill. Ich verstehe es. Ich verstehe, dass es so gemacht wird. Aber es macht keinen Sinn. Und es kann richtig blöde werden für den Körper, weil der schlussendlich gar nicht mehr weiss, was er jetzt eigentlich tun soll. Deswegen macht es Sinn, dass du Einzelmittel nimmst. Und dass du nicht höher als in die C30 bist. Und das Mittel dann einmal verabreichst und wirklich beobachtest. Und interessiere dich dafür. Interessiere dich für das Mittel, was es genau macht. Schau, was sind die Modalitäten, also wie wirkt das Mittel genau. Und dann nimmst du das für dich jetzt passende Mittel. Aber dafür musst du ein bisschen Verständnis dafür haben. Und schau bitte auch immer auf diese Mittel hinten auf der Beschreibung drauf und schau mal, was ist da drin. Denn alles, was zum Beispiel Komp, wo Komp draufsteht, Kompositum, das sind Mittel, da sind ganz, ganz viele Mittel drin. Also das weisst du schon. Aber vorne steht zum Beispiel Arnica Kompositum. Also man meint, das ist nur Arnica drin, aber das stimmt nicht. Arnica ist vorhanden, aber da sind noch viele andere Mittel drin. Also schau immer, ist da noch was anderes drin oder ist es ein Einzelmittel. Und Einzelmittel können wir dann auch richtig beurteilen. Wir wissen danach, was gibt es als nächstes und so weiter. Etwas Viertes, was ich auch noch sagen möchte, ist, dass es auch in der Homöopathie Mittel gibt, die einander einfach nicht gut folgen. Die mögen einander nicht, die tun einander nicht gut, die bringen einander durcheinander und auch den Körper. Und auf das wird ganz häufig in diesen Komplexmitteln auch nicht Rücksicht genommen. Beispielsweise gibt es zwei Mittel, beispielsweise bei Heiserkeit, Kaustikum und Phosphor. Phosphorus und Kaustikum sind Feinde in der Homöopathie. Die dürfen einander nicht folgen. Aber beides sind auch Mittel gegen Heiserkeit oder diesen tiefen Husten. Man muss wissen, dass diese Mittel einander nicht folgen dürfen, weil dann gibt es das Chaos pur im Körper. Aber ganz häufig sind die gleichzeitig drin in diesen Komplexmitteln. Also bitte gib Acht, dass du Einzelmittel nimmst und dass du nicht einfach kreuz und quer mal irgendwas versuchst. Und am besten nimmst du dir jemanden zur Hand, der das wirklich versteht, der das studiert hat, weil wir dürfen es nicht unterschätzen. Homöopathie ist eine ganzheitliche Medizin, aber es ist eine Medizin, die ein grosses Wissen voraussetzt. Und ich finde es toll, ist es frei verkäuflich, wie gewisse schulmedizinische Medikamente auch frei verkäuflich sind. Zum Beispiel in der Schweiz ist Pantoprazole, also Omeprazole, in einer tiefen Dosierung ist frei verkäuflich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel diese Schachtel jeden Tag in eine Schachtel nimmst, dann ist das auch nicht gut. Also man muss doch wissen, wie man gewisse Dinge anwendet. Und weil wir hier in der Naturheilmedizin sind, weil wir mit der Natur heilen, ist ganz häufig auch die Idee, dass es halt dann nicht schaden kann. Aber wenn wir halt den Körper falsch informieren über eine gewisse Zeit und einfach viel zu stark, dann kann doch der Körper reagieren. Und das möchte ich dir einfach ans Herz legen. Sei da einfach achtsam. Schau, was drauf ist, was du kriegst. Und mit diesem Wissen hast du schon ganz, ganz viel mehr Wissen als viele. Teile dieses Video auch, teile das, mir ist das sehr, sehr wichtig, nicht dir Angst zu machen vor der Homöopathie, auf keinen Fall. Aber es darf bewusst angewendet werden. Dann wirkt es nämlich auch viel besser. Und dann haben wir nicht irgendwelche Symptome plötzlich, die niemand weiss, woher sie kommen. Und du dann plötzlich beim Tierarzt landest, weil das Tier überall eitert aus jeder Wunde. Und der kann das gar nicht nachvollziehen, was jetzt da passiert ist. Und dass das die Homöopathie sein könnte, das hat man auch nicht daran gedacht. Also melde dich bei uns in der Praxis, wenn du das Gefühl hast, du möchtest jetzt wirklich auch eine professionelle Begleitung haben, wenn das Thema vielleicht tiefer liegend ist, wenn eine Allergie zum Beispiel im Vordergrund ist oder ein ewiger Husten, der nicht weggeht. Weil da müssen wir wirklich tiefer schauen. Dann melde dich gerne an bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Und sonst wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag. Und ich bin gespannt, was du alles entdeckst im Leben. Und nächstes Mal, wenn du in der Apotheke bist und dir so ein Mittel holst. Mach's gut!